Die Kantenanleimmaschine ME28TRC ist eine Maschine für wenig Platzbedarf, mit der geringen Kleinbauweise hat sie schon das Fügen, das Vorfräsen mit enthalten, was natürlich für das gute Finish und für das Endergebnis ganz, ganz wichtig ist. Die Maschine ist bestens geeignet für Kleinbetriebe und Montagebetriebe, denn sie bietet eine kompakte Bauweise bei einfacher und leichter Bedienung. Die Maschine verfügt in der Serienausstattung über eine Flächenzieklinge und eine Radiuszieklinge für ein gutes Endergebnis. Bei der ME28TR erhalten Sie eine Kantenanleimmaschine mit einem wirklich super Preis-Leistungsverhältnis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017